Der Prozess des Malens ist etwas, was mich schon immer seit dem Kunststudium beschäftigt. Prozessorientiert heißt, ich fange ohne ein festgelegtes Motiv, ohne ein bestimmtes Bild an. Als Kunststudent hat man die Frage, man hat erstmal die Motivation, man will arbeiten, man will malen, man will zeichnen, man will was tun, aber man weiß erstmal gar nicht was. Irgendwann kapiert man, okay, dann gibt es irgendwas, was mich beschäftigt. Also wenn man einen guten Lehrer hat oder vielleicht kommt man selber drauf. Und ich kam an die Kunsthochschule und habe so prozessorientierte Bilder gemalt, die vergleichbar sind heute mit Informe und mit dem Interesse. Und je näher ich kennengelernt habe, diese Bilder, und auch alle schon gemalt worden sind und auch wahnsinnig dolle Bilder gemalt worden sind. Irgendwann bin ich drauf gekommen, da muss für mich etwas entstehen, was noch reduzierter ist. Und dann habe ich beim Dänischen Maler studiert, per Kürkebü, den ich bis heute sehr schätze, und habe Zeichnungen gemacht, die jetzt, die Werke, die entstehen, diese Strichabfolge haben. Und das ist einerseits eine sehr starke Reduktion, andererseits ist so ein Strich auch, hat eine Körperlichkeit. Und in der Aneinanderreihung von diesen Strichen entsteht ein Volumen durch diese dunklen Stellen in der Überlappung. Und Formate oder Formatgrößen, in denen ich gerade arbeite, sind so diese 2,10 mal 2,90. Und das ist ein Format von einem Tryptichon, also angelehnt, aber eben nicht in diesem Klassischen, dass der Hauptteil, der Mittelteil der Größte ist, sondern gleich zu behandeln. Also ich versuche alle 3 Bilder gleich zu behandeln, was entstehen wird. Da bin ich sehr drauf gespannt, weil, also ich habe beispielsweise mal, wie ich vorhin erzählt habe, diese Art von Zeichnungen mal in Schwarz in einer Galerie gezeigt, wo ich 5 schwarze Arbeiten nebeneinander habe. Und von Weitem sehen die total gleich aus. Und wenn man nahe hingeht, sieht man diese Differenzen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das wirkt auf der Leinwand, weil das habe ich als solches noch nie gemacht. Also ich habe mal beispielsweise, und in der Kunsthochschule habe ich, also jetzt vor 25 Jahren habe ich eine Wand, also meine Atelierwand, das war ja meine erste Arbeit zur Präsentation im Kunststudium, mit schwarzem Edding gemacht. Also das hat über 3 Monate oder 4 Monate diese Arbeit gebraucht. Also das, was dort so sehr einfach aussieht, hat ein hohes Grad an, es gibt ein hohes Maß an Konzentration. Und wie ich schon gesagt habe, ich ziehe da keine Linien, also diese Art von Volumen, also das, was dort entsteht in so einer bestimmten Art von Struktur, Struktur hat eine Richtung. Wenn der Strich zu genau ist, zu präzise, verliert er an Organik. Wenn er zu organisch ist, bekommt es zu viel Rhythmus und es funktioniert nicht mehr im Bild. Also das ist ein Umgang auch mit der Begrifflichkeit, der Genauigkeit. Also wie genau müssen die Striche formuliert sein und wie formuliert sich dann auch, weil es ist eben nicht nur auf der Leinwand, finde ich nicht nur auf der Leinwand, sondern im Raum auch eine Fortführung. Dieser Begriff, also Begrifflichkeiten, die zur Malerei gehören, Komposition, Farbe und aber der Umgang auch mit Raum. Also wie strahlt dieses Bild in diesem Raum? Weil es geht ja hier jetzt nicht um ein einzelnes Bild, sondern um eine ganze Installation. Seit Anfang 2000 arbeite ich eigentlich immer mit den Räumlichkeiten, mit denen ich zu tun habe und auch mit so einem historischen, inhaltlichen Kontext, aber klar, das ist erstmal wichtig. Aber dennoch, das, was dann entsteht, hat dann auch mit meinem Werk zu tun, was mich interessiert. Also die Malerei, die dort ist, hat mit einem Prozess zu tun, der mich innerhalb der Malerei beschäftigt. Aber das, was im Ganzen entsteht, ist dann die Auseinandersetzung auch mit der Räumlichkeit, die ich vorfinde und mit dem, was so ein Raum sein kann. Diese Farbigkeit tauchte auf in so frühen Aquarellen, als ich noch gegenstandsbezogener gearbeitet habe und irgendwann, als ich in den Raum übergegangen bin, hat es sich ergeben auch, dass ich damit in Größerem gearbeitet habe. Und dieses Violette werde ich oft danach gefragt, was es denn bedeutet für mich. Das ist für mich eine geistige Farbe. Man ist einem Bild gegenübergesetzt, also es wird körperlich, im Doppelten, also im Volumen des Bildes. Ja, und dann kennen wir das natürlich auch aus der christlichen Ikonografie. Das taucht immer wieder auf. Und das ist mir auch etwas sehr bekanntes. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.